da war doch das Holz weg in dem Fall auf der ersten Mal, ne? ja, ja, es ist schon weg achso, du meinst hier an den Seiten? ja ja, genau, also das oh, stimmt, da hab ich ja noch Holz übrig wieso nicht ja schon immer? was schon immer? diese Tunnel, die hier sind äh, ne, die hat der Tom gemacht, weil ähm, der diese Redstone Beleuchtung ich war also zu dem ob das mit dem hier gemacht hat weiß ich nicht, ne, der ist nicht keine Ahnung, auf jeden Fall hat der die Redstone also seine Wegbeleuchtung hier, äh weiter gemacht, die ist hier auch irgendwo angefangen irgendwo gibt's hier ein Loch nach unten hier ah, ok was ein Labyrinth, was ein Wirrwarr, what the fuck das muss man so bauen, wie hier? ne, das rote ist das Dach von mir noch, ne? ja genau, das ist ja, stimmt, ich weiß, das ist das rote hier ist genau die Decke, die Decke von den anderen ja, das ist eine Decke halt jetzt nicht mehr abbauen, ne? ne ich meine, du darfst es schon abbauen, wenn das halt nicht mehr funktioniert, müssen wir halt nur Tom Bescheid sagen, dass er es dann wieder ändert, aber ansonsten hier waren immer welche Monster-Monster-Monster-Unter-Unterdecke gewesen, weil die war hohle so habe ich Dings dabei, ja, ich hab Erde dabei jetzt muss ich mich erstmal da hochbauen, Alter es wäre fast mein Tod gewesen da oben aber, aber auch nur, ja, ich, äh, wäre fast gestorben, ja, ich hab mein Leben riskiert und, warte, escape, Statistiken hast du das Bild noch da für das Dr. Tom Bescheid? äh, ich hab nur vom oberen das hat mir Tom gegeben, aber ich weiß wie, also, es muss auf jeden Fall das weg und das weg und das Holz und dann kommt nämlich anstelle von den Steinen das Holz hier hin und hier hin oh und das hier muss weg Holz war ganz bis oben weg, ne? Stein auch weg, oder wie war das so? ja ja, so wie ich es hier jetzt gemacht habe ich habe hier die Ecke muss weg und ein Stein daneben war weg links und rechts genau ok ich bin doch nicht oben oh mein, dort geht gleich schnell oh, gut äh so so geil ist meine Schippe kaputt gegangen ich bin nämlich gleich im Gegenzug äh geil ja, Holz haben wir gerade gefarmt wir können gleich die Scheiße mit abbauen und sie und Ja, ja, vielleicht, vielleicht. Kriegt der Tom ja doch noch Lust und kommt? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube es auch nicht. Aber kann ja mal hoffen. Ja, der vor allem in anderen Leuten noch mit der Tottenzeit haben. Vor allem mit jemand anders. Den kennst du auch? Ähm, mit meiner Schwester, ihrem Freund, oder? Nein, noch jemand anders. Käseknopf. Noch jemand anders. Britney. Britney. Nein, den. Tim Noyce. Nein, den. Nickname fängt mit D an. Dennis. Nein, der Nickname. Warte mal, nicht den richtigen Namen. Der richtige Name fängt mit S an. Death Soul. Richtig. Oh mein Gott. Ich gucke von der Titelstik, glaube ich so. Wer ist denn das? Der holt bei mir eine Liste rein in sich. Oh, das zockt was. Okay. What the fuck? Na ja, gut. Jeder, wie er will. Ja. Also, von da vielleicht hat er auch... Ne, der ist ja nicht mehr am zocken, oder? Ne, wird er wohl nicht dürfen. Seine Freundin und so. Aber da würde ich jetzt nicht weiter drüber äußern. Ja. Obwohl. Wir könnten echt eine Minecraft-Lester-Folge draus machen, Alter. Ohne Witz. So richtig hardcore. Wer sich beschwert hat und erst hingeguckt hat. Aua. Bin runtergefallen. Bist tot? Ne. Hallo, ich schon sterben in Minecraft. Ich? Ne. Ich werde erst sterben, wenn wir diesen scheiß Drachen umbringen wollen. Safe call. So. Die Seite haben wir. Wie der Turm jetzt aussieht. Bei einem Game-Mod war das viel einfacher zu bauen, man. Und viel schöner. Und ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir wollten auch anderes Holz nehmen, oder so. Whatever. Ich glaube, nicht hierfür. Ich bin mir nicht sicher. Sagen wir es mal so. So, ein Eimer Wasser. Zack. Einmal Wasser wieder wegnehmen. Und runterfallen. Los, Wasser. Geh schneller weg. Der Turm, der prägt mich irgendwann echt um. Ich bin das letzte Mal, wo wir aufgenommen, also wo Tom aufgenommen hat, wo ich dabei war, bin ich auch deine scheiß verfickte Leitern runter, Alter. Und bin wieder runtergefallen und hab wieder mit einem Herz überlebt. Deswegen, also wenn ich den Turm fertig verschönert habe, werde ich nie wieder in diesen Turm oder sonstiges gehen, Alter. Ich werde die Finger von diesem Todesturm weglassen. Wir können die Leitern zu umrunden. Nein, nein, die können ruhig so bleiben, Alter, wenn die euch so oder dir so gefallen, das ist ja nicht das Problem. Ja, ich bin einfach, einfach nur zu doof dafür, oder so, keine Ahnung. Ach, diese Wix-Fackeln, Alter. Ich hab, ähm, das ist ja das Video gesehen, was ich gemacht hab, ne? Ich hab nochmal, ähm, nochmal noch eins gemacht. Ja, was auch ganz schick ist. Wo du noch mehr cheatest. Ja, ha, 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 noch mehr cheatest. Ja, genau. Äh. Oh, ich wäre hier fast runtergefallen. Ähm. Ja, wo ich echt noch mehr cheatest. Ich dachte nur so, du ziehst nach rechts, weil einmal ist der Typ und der ist tot. Ich so, was ist jetzt los hier? Ey, ja, das nennt man können. Ja, du wusstest nicht, dass der da ist, oder? Äh, bei was fürn, wisst du, was fürn... ...mit der AWP runter und runter gezielt hast. Am Anfang direkt? Ja, ich glaube, ja. Ja, doch. Ich, wir haben ja, wir haben ja mit Sammy und so gespielt und, äh, der Call kam. Das ist in der Mitte uns, das ist... Ach so, wo es da ist, wo es da ist. Ja, jeder Kill wusste ich, dass da wer kommt. Aber ich finde halt die Pistol, Pistol Kills mega geil. Da hab ich einen Tom, einen Arsch gerettet, aller, weil er, ähm, gemessert werden sollte von diesem Typi. Ja. Und diese drei Kills. Da wusste ich zum Beispiel nicht, dass einer hinter mir kommt, oder so. Also den hab ich auch gar nicht ge... Oh, jetzt ist der Scheißding kaputt. Da hab ich ihn, äh, gar nicht gehört, oder so. Da hab ich mich einfach nur rumgedreht. Aber so die, die AWP-Kills, die waren... Alle mit Wissen. Dasselbe Holz gibst du jetzt mal richtig? Ja, richtig. Ja, liebe Leute. Ist das ein Kopf, wie hoch das noch mal war? Wie viel du brauchst? Vor allem jetzt erst Holz mal holen muss. Ja, das was du abgebaut hast, an Holz? Reicht aber, ne, jetzt muss ich was doch bitte, ja. Ja, jetzt muss ich hoch und ich hochholz. Ja, bau doch erstmal, oder ne, ja, hol der Holz, das ist einfach mal. Jetzt muss ich wieder runter. Ja, hab ich auch so gemacht, eine Seite hoch und dann wieder direkt nächste hoch. Hier ist ja noch Holz, was ist... Äh... Ach, Fuck! Ich bin auch so ein kernbehindertes Kind, Allah. Kein Kommentar. Ist das eine Absicht? Nur keine Absicht. Was dann? Ja, das ist ja unten, sieht alles anders aus. Das ist ja mein Lager, die sind klein. Darf man da was verwecken, ne, ich steine auch nicht. Jetzt kann ich die Kiste nicht mehr aufmachen, da was gebaut worden ist. Mh... Du musst gucken, ob unten drunter eine Redstone Fackel ist oder so. Meil, ne, naja, bis ich fertig ist. Ui, ui, ui. Jawohl. Ich krieg echt Hunger, ey. Äh... Äh... Easy Game. Komm, wir gehen die Leiter runter. Das doofe ist, bei dem Video mit den Liedern, das Lied zum Beispiel, er kommt wieder direkt. Ja, jetzt geh mal. Wo ich mir denk's mal, ja, gut. Ich dachte nur, der Sound ist komisch in diesem Video. Das ist äh... Trap. Das ist voll nicht meins. Ja, ich hab noch ein... noch ein zweites gemacht. Das ist zum Beispiel auch cool, wo du denken wirst, Cheater. Da bin ich echt No-Scope-Profi. Ich bin mit der Scout, da haben wir auch mit Tom und noch äh... diesem Can, ich weiß nicht, ob du den kennst, gespielt. Auf das 2. Und dann haben wir die CT gesmoged. Und ich lauf und schieß einfach random mit der Scout ohne Scope durch die Smoke. und gib mir Headshot. Und dann lege ich die Bombe. Ja, und dann kommt einer kurz. Ich schieß mit der Diegel drauf. Ich treff nicht. Ich schieß mit der Scout drauf mit Zoom. Ich treff nicht. Dann sagt der Can so, komm, No-Scope. Ich No-Scope und kill ihn direkt. Headshot. Das ist so geil, ey. Also... Die fallen. Das ist schon, äh... Wow. Schon lustig. Okay, die Seite hast du schon. Schlitter ich hier mal hoch. Mal gucken, ob ich es schaffe. 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 Der muss den Stein hier noch wieder hin. Hast du Dich- ich habe den Stein mit? Ja, habe ich. Ach, sickta, Mann. Das Koldo, Alter. Jetzt, jetzt. Jawohl. ich krieg auch irgendwie kopfschmerzen ich war heute zu lang in der sonne oder so dann und 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 ich wir